So, willkommen. Ich mache so ein kleines Fun-Video. Ich habe das nicht rechtzeitig geschafft, weil morgen ist ja das große Update angeblich. Mal gucken. Ich habe mir 5 Attack-Ruhen besorgt und 15 SDR und 25 Updates. Hi, was heißt das? Ja, ich mache mir eine Blended-Rune oder versuche zu craften. Mal gucken, was rauskommt. Ich wollte eigentlich ziemlich viel sammeln in Defense, aber bei der Defense-Rune habe ich gesehen... ...wieso kann ich den der Sitz öffnen? Ich muss die Inventar erst zunehmen. Bei der Defense-Rune habe ich gesehen, brauche ich 5 Defense-Rune. So, und ich habe gerade mal erst 11 und ich sammle die nach und nach. Also ich kaufe sie immer billig, aber nicht teuer. Deswegen mache ich heute nur die Strike-Pay. Das Wort, ob ich die jemals mache, keine Ahnung, weil es schon in den letzten Tagen keine mehr drin sind. Ähm, ich hoffe, also eine will, hoffe ich mal, kommt raus. Ich hoffe einfach mal, wir kriegen mindestens Level 2 heraus. Aber ich glaube nicht daran, ich glaube, die Success ist sehr und gering. Man sieht ja auch, 50% ist nur eine Success, dass eine rauskommt. Gut, versuchen wir den ersten Craft. Oh, 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 oh. Ich vermute mal fehlt, oder? Was ist das jetzt? Un-Craft-Success, Strike-Pay-1. Gut, nochmal. Wir wollen gerne eine Level 2 haben. Jetzt dürfte Fehl sein. Ich würde ja 50-50... Oh, schon wieder. Eine Level 2 haben. Komm. Oder gleich eine Level 3. Kann man die nicht zusammen verbinden, dann ist es eine 3er? Also scheiße. Jetzt war Fehl, das war mir klar. Oder hätte ich mich gewundert, wenn ich 50% da... Ja, nur Level 1 sah. Schade. 1, 2, 3, 4... Aber 4 Crafts-Success zu... Ähm... Ja, wie soll man sagen... Äh, von... 5... Nein, nochmal. 5 Crafts, 4 Success, finde ich sehr, sehr gut. Dafür, dass es nur 50% Chance ist. Man kennt ja die Prozentzahl hier bei Kaval, das ist ja manchmal nicht so schön. Äh, ich versuche die gleich mal zu verkaufen. Megafon. Ja. Und dann sehen wir gleich mal weiter. Na gut. Wann ich die Defense mache, werde ich euch dann sagen, sobald ich sie habe. Also, bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020